Widder und Krebs sind sehr verschieden und doch fühlen sich die beiden Sternzeichen zueinander hingezogen. Aber kann eine Beziehung auf lange Sicht funktionieren? Krebse sind empfindsame, liebenswürdige und hilfsbereite Personen, die alles für ihre Liebsten geben würden. Der Krebs ist Familienmensch durch und durch. Er wünscht sich eine beständige Partnerschaft und Kinder. Ein kleines Häuschen im Grün ist sein geheimer Traum. Der Widder ist eine temperamentvolle und energiegeladene Person. Die Feuerzeichen sind sehr selbstbewusst und gehen offen auf die Person zu, die ihnen gefällt. Sie wollen etwas erleben und sind sehr unternehmungslustig. Ihr Partner oder ihre Partnerin sollte da schon mithalten können. Wenn der Widder auf Eroberungskurs ist, spart er keinesfalls mit Komplimenten und flirtet mit dem Krebs, was das Zeug hält. Der Krebs fühlt sich von dem Interesse des Widders geschmeichelt. Doch der Alltag gestaltet sich auf Dauer schwierig. Während sich der Krebs Zweisamkeit wünscht und gerne die Abende mit seinem Schatz zu Hause verbringen würde, will der Widder ausgehen und etwas erleben. Wenn der Krebs dann zu Hause schmollt, wird es dem Widder schnell zu bunt und er nimmt Reis aus.